Von 2008 bis 2012 wurde jährlich die Accessibility-Tagung durchgeführt. Am 12. Juni diesen Jahres ist es nun wieder soweit. Die Tagung beschäftigt sich mit Accessibility-Trends in der Forschung, verschiedenen Accessibility-Projekten und mit der praktischen Umsetzung barrierefreier Webseiten. Die Veranstaltung wird von der Fachgruppe ICT Accessibility der Schweizer Informatikgesellschaft SI und das Center of Accessibility der Credit Suisse organisiert. Mit der Tagung sollen Fachleute, Organisationen und Betroffene angesprochen werden. Die Anmeldung ist kostenlos und muss bis 31. Mai online erfolgen. Die Tagung dauert von 13 Uhr bis 17 Uhr und wird mit einem Apero abgeschlossen. Der Veranstaltungsort ist das Credit Suisse Forum St. Peter an der St. Peter Strasse 19 in Zürich. Markus Riesch von der Stiftung Zugang für Alle übernimmt die Moderation. www.ol-GBP-LK 4U51